Oh, da kommt dein Auto, wer das nur sein wird. Noch kommen, nee. Nein, ich meine, ich werde die ja nicht sehen. Ich habe die nicht als Friends getreten. Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Von welcher Seite? Von Lüppes. Von der, wo die... Von eurer oder von meiner? Da, wo die anderen ja schon herkennen. Von unserer. Von unserer Seite. Die kommen jetzt. Oh, ja. Dann nähert sich den blauen Punkt. Aber ich lasse jetzt noch die Kurve so durch und dann schieße ich ab. Dann lasse ich alles drauf. Oh, warte, wo präsent sie mich? Ich muss nur sie. Die sind jetzt sofort da, ne? Die halten da. Bleiben wir einfach mitten auf der Straße liegen. Ja, der schreit jetzt nochmal nicht schief. Jetzt fährt er langsam vor. Oh, ja, da kommen sie jetzt. Da, 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 da. Und Feuer, 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 Feuer. Bender ist noch drin. Bender lebt noch. Der lebt noch. Okay. Looten. Looten, looten, looten. UP Hahaha Da schießt du noch 10 mal drauf, damit das Auto noch kaputt geht Gute Idee Jetzt schreibt Dani wieder Ehrenfragezeichen Ich denke er kommt heute rein Bender, uuhh Aber schöner SUV habt ihr da Der Bender, der das sieht jetzt bestimmt wieder aus HES, 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 HES IST DEREN HENZ Guck mal sogar, der hat Standback hier Ja ich rade mich grad an Alter der hat 10 Magazine mit Guck mal die haben noch, die haben noch so ein Glee mitgebracht Und 130.000 Coins dabei Wieso fahren die denn mit 30.000 Coins durch die Gegend? Wollen wir mal kurze safe sein und die safen? Jungs hat 30.000 Coins bei sich.